60 mal 60 lang und breit. Diese Kiste ist mir so sehr aufgefallen, dass ich auch heute noch an sie denke, wenn auch mit diesem gewissen Wagengefühl. Denn sie wirkte ungewöhnlich voluminös, diese Kiste, und so bedeutend. Sie war von einer ungewöhnlichen Präsenz, schwer, geheimnisvoll. Dass sie als Geschenk herhalten musste, war dennoch klar, aber es wäre eine falsche Fährte, würde man denken, dass diese Kiste irgendetwas Freundliches oder Einladendes an sich hatte. Sie klemmte eine sehr lange Zeit zwischen dem Oberarm und dem Rumpf des katholischen Seelsorgers. Fast bis zum Schluss klemmte sie dort und es sah beinahe so aus, als wäre sie angewachsen. Die Kiste war braun. Auf dem Kirchplatz stehen heute Bierbänke, Tische mit Tischdecken und Sitzkissen auf den Bänken, Schirme zum Schutz und ist eine kleine Bühne aufgebaut. Es duftet nach Bratwurst, Pommes, Wurstsalat mit Zwiebeln. Ins protestantische Kirchengeläut erscheint von der Hauptstraße herkommend die kirchliche Konkurrenz, unter seinem Arm die braune Kiste. Heute wird gefeiert. Die Kirche feiert seinen 50. Geburtstag. Es tummeln sich auf dem Vorplatz der nachweislich kleinen und bescheidenen evangelischen Kirche so an die 20 Geburtstagsgäste zuzüglich kleiner Kinder, die noch Hand in Hand mit Papa oder Mama dastehen. Nun scheint es so, als wäre diese Kiste nicht mehr braun. Sie wirkt eigentlich sehr, sehr dunkel. Ich vermute, dass sie in Wahrheit schlicht und banal schwarz angemalt ist. Darunter dürfte sie braun sein, ja. Ich vermute, dass sie in Wahrheit schlicht und banal schwarz angemalt ist.